So, in diesem Video, da schauen wir mal die Moo Images an. Wir haben ja hier ein Produkt Template vorbereitet. Jetzt gehe ich mal hier rein und hole mir mal das Image. Moo Images. Okay, hier wird erst mal gefragt, welches Produkt denn angezeigt werden soll. Wir nehmen natürlich variabel das aktuelle Produkt, das, was eben angewählt ist. Und jetzt kann ich hier die Elemente anschauen. Das bevorzugte Bild, die Galeriebilder und die Verkaufsabzeichen, die kann ich hier darstellen. Klicken wir mal auf OK. Jetzt schiebe ich das Ganze mal über den langen Beschreibungstext. Wir speichern mal ab und schauen uns das Ganze im Produkt selbst an. Da gehen wir hier hoch und jetzt sehe ich hier diese Produktgalerie. Wenn ich hier draufklicke, dann kann ich mich auch durch diese Galerie durchklicken. Jetzt ist das Bild natürlich ziemlich massiv. Das ist die Standardeinstellung. So sieht ein Produkt mit einem normalen Produktbild und Galerie Funktion aus. Wir gehen mal zurück in die Einstellungen. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier einstellen können. Wir können also Elemente wählen. Will ich nur das bevorzugte Bild anzeigen? Will ich nur die Galeriebilder anzeigen? Oder das Verkaufsabzeichen? Um das Bild nicht so ganz massiv groß zu machen, mache ich mal hier eine zweispaltige Aufteilung, das ganze Bild etwas verkleinert. Dann schaue ich mir das mal an. Jetzt sieht das Ganze so aus. Die Bilder sind ja in aller Regel quadratisch. Und jetzt kann ich auch mal sagen, okay, zeig mir doch mal bitte bei den Elementen. Das Ganze ohne die Galerie. So, und dann wird eigentlich lediglich das Bild gesetzt. Jetzt fällt hier unten diese Galerie weg. Das Bild durch seine quadratische Darunterstellung ist natürlich ziemlich massiv. Das Verkaufsabzeichen, das ist natürlich das Angebotzeichen. Wir werden mal dieses Produkt bearbeiten. Wir werden einen Angebotspreis setzen. Wir setzen mal den auf 35 Euro und aktualisieren das Produkt. Also regulärer Preis ist 45, Angebotspreis ist 35. Und jetzt haben wir aus dem regulären Angebot ein Angebot gemacht. Und jetzt haben wir hier diesen Verkaufshinweis, dieses Label. Das Ganze habe ich ja jetzt mal vorbereitet für Hoodie with Zipper. Das nehmen wir immer so als Kontrollprodukt. Und jetzt holen wir uns doch mal das Produkt einfach hier rein als Vorauswahl. Und jetzt können wir direkt die Gestaltung hier auf diesem Angebotslabel vornehmen. Ja, da mache ich hier mal eine andere Aufteilung. Jetzt sehe ich hier das Bild etwas kleiner. Wir gehen hier in die Einstellung von Images, holen uns mal die Galerie dazu. Und jetzt schauen wir mal, was wir für Einstellungsmöglichkeiten hier haben. Wir gehen ins Design und schauen uns zunächst mal das Bild an. Hier kann ich einen Rahmen setzen, eine Rahmenfarbe, die Art. Ich kann auch einen Bildschatten hinzufügen. Der gilt jetzt auch für die Bilder hier unten in der Galerie. Machen wir den mal ein bisschen nicht so prominent. Dann gehen wir auf den Verkaufsanhänger Text. Da habe ich eine Schildfarbe und die kann ich anpassen. Das ist die Backgroundfarbe. Natürlich kann ich hier frei wählen. Ich nehme hier so ein helles Grau oder mitteldunkel Grau. Die Schriftart kann ich festlegen. Könnte jetzt sagen, okay, wir wollen hier eine Schreibschrift haben. Nehmen wir mal die Dancing Script. Das ist unser Angebot. Genauso könnte ich auch sagen, dass ich hier das Ganze, den Hintergrund transparent haben möchte. Jetzt habe ich nur allein die Schrift. Die darf rot sein. Wir wollen ja darauf hinweisen. Die darf auch gerne etwas größer sein. Und die kann natürlich auch als fetter Text dargestellt werden. Jetzt sieht das Ganze so aus. Ja, also ich bin hier schon etwas variabler in der Gestaltung, was ich normalerweise mit CSS machen müsste. Kann ich hier über den Editor machen. So. Hier wollen wir auf Größe einstellen. Das betrifft das komplette Modul, also mit allen Inhalten. Beim Zwischenraum, da habe ich einen Außenabstand, Innenabstand und ich kann auch das gesamte Modul nochmal mit einem Rahmen versehen. Ja. Gut. Box Shadow zusätzlich könnte auch nochmal hier gesetzt werden. Macht für mich grafisch keinen Sinn. So sieht das Ganze noch ganz nett aus. Alles andere ist ein bisschen zu viel. Auch die Transformieren-Animationsmöglichkeiten sind da. Schauen wir mal ganz kurz bei der Transformation. Das betrifft natürlich das komplette Modul, ja. Das wir hier machen können. Bei den Animationen auch das komplette Modul. Und jetzt gehen wir schon auf Erweitert. Wir können natürlich eine Klasse vergeben, CSS eintragen, die Sichtbarkeit steuern und die Übergänge auch anpassen. Also die Geschwindigkeit der Animationen, die hier zum Tragen kommen. Gut. Ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, das Ganze hier mit einem Scroll-Effekt zu versehen. Ich sage mal, ja, hier denke ich doch, ist weniger oft mehr. Ja. So. Wir speichern das Ganze mal ab. Also das ist das Who Image Modul und seine Einstellungsmöglichkeiten. Habe ich das Ganze jetzt eingestellt und lade mir das Ganze mal in die Produktvorschau. Dann sieht das Ganze jetzt so aus. Ja. Und das funktioniert natürlich dann auch hier mit der Galerie. Da kann man sich verschiedene Bilder angucken. Wäre vielleicht noch ganz nett, wenn man so die Darstellung von diesem, von dieser Galerie noch etwas anpassen könnte. Aber das geht natürlich dann auch mit reinem CSS. Das ist das.